... ... ... Hallo? Hallo. Und! Und! Bei HACCHOT! 그리고 auch fiktig doch junge ja mach doch hier macht mir doch um 3 in der dritte Aurobenschein ja möglich warum gibt er mir als gebetet hat das etwas aus dem Zeraden macht Prozent der Bärdeutschwerber ich brauche da war ich erinnert dass man nicht selber doch die N. Zubst du jetzt? Na, so... Oh, gib dir mir nochmal, Entschuldigung, Junge. Komm her, ja. Ich hab' morgen Geburtstag. Nein. So hab' ich. Nein, hast du nicht. Junge, Oh, Nee, komm. Das war doch unnötig. Krank hab' mich gekiehlt, wurstkrank. Ich... Nein, krank. Ah, ich bin auch im Nitralschlafer. aber du nicht du Opferl du Nopfer Deine Mutter ist ein Nopfer ich mag keinen okay er hat ja schafft man sich auch das schon zu erzählen Jaaa Oh sehr schlecht so er hat ihn geschafft auch im Leben und Tod ein Buch ein Lund ein Marken der Heiligen die Klinik sie kennen ja ich mag es auch Prozent der Verliebungen begrüßt und ich glaube es noch mal starten werden das erste Städte einfach nur so übel scheiße weil die auf die Städte begrüßt haben und ich liebe die Städte nicht das ist nicht schlecht er und ich mag es nicht mehr so macht es nicht mehr sehen ist wenn wir anstrengen bis nicht und wird ihr und wir schlechten den Weg kommt das Leben wieder ich habe Angst haben die Kiel lustig der Fall der Waffe der Pläne Prozent was 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 ist denn die Saison war Prozent also sagen wir mal so tief vorhanden mein Kraft Prozent die Bein die Lauer Herr Schott der Gäste dort ist gut gut auch Uro alle drei vier Gäste alles nicht alle und nein wo Prozent 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 keine Meta hier aber alle ist ich kann auch nehmen obwohl meine Mutter da ist das ist ja mal was ganz Neues hat okay mein Bruder ist da und mit der er hat mich erhältlich nicht sein ist der Leise das ist das schneiden wir aus das schneiden wir sind nicht drauf ich habe ich weiß nicht wie man es bei Dings tut bei Dings tut auch bei Sony bei Sony Kippen da gibt er mir schon wieder als Galt der T-Shot ok um also ich finde das war jetzt erst die erste Aufnahme das war ein jetzt geht es um sie zu lassen und ja ich mag die ersten Beleihung auch einmal Halt mehr Feel Games. Hier, Freaky at Feel Games. Nein. So, ähm... Hier, da war einer. Ich hab ihn gesehen. Das ist natürlich die C-O-D, sonst hättest du schon Dremel in die Hand tits. Nein, hättest du nicht. Ja, du bist fett. Ja, du auch. Ja, du auch. Ja, du bist eine fette Mädchen. Nikolas sucht euch. Weil Nikolas Top Kackmodel. Boah, ich bringe gerade alles um, Digga, ist so. Einer gegen, weil... Ich war jung, ich mach hier alle Basis-Clown so. Also, ich bin nicht auf dem Gänzerwacht. Ja, Aua, das wird schon wieder wehgetan. Kuss. Kuss. Er hat keine Chance. Jo, so. Null. Oh, du Wichser! Er hat nämlich gekillt! Dieser Ficker, Alter, jetzt bring ich auf. Jetzt füll ich ihn, küll ich ihn einfach. Mit Headshot kill ich ihn einfach. Die Fresse. Wichtig. vielleicht gibt es in die fresse und verrichtig ist so voll geil die beiden über den Tisch geflogen aber ihr müsst verstehen es ist kein Xbox-Play irgendwie ja ist so dass das guckt niemand weil das eh wie das unnötig ist das ist einfach so einfach mal so in Jascha sich selbst mini ähm ja ihr wisst was ich meine das Video geht irgendwie ganz online dabei egal Prozent werden wir kommen und um ja ja wenn die Ketter er hat und abhängig auf ja du hast du mir egal so wie es geht die Karte jetzt so dass Prozent dass wir und wir sagen vielleicht noch eine zweite Folge rein machen wir wissen es nicht aber wir wollen weil wir Eulen sind also ich kann mich erst mal hier rein ich bin geil Egal dann Ciao 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 Tschüss wie gesagt Tschüss Tschüss so mein Bruder Tschüss Tschüss naja Ciao